Hoheit, habt ihr Zeit? Ja. Diesmal will ich die Augen des Regalias, also die Scheinwerfer, etwas verbessern. Ach ja? Mag sein, dass sich das nach einer Nebensächlichkeit anhört, aber gute Scheinwerfer werden... Leider gibt es das Zubehör, das ich brauche, nicht überall. Es ist aus Insomnischer hergestellt. Natürlich wird es jetzt nicht mehr hergestellt. Ja, in Insomnia steht alles still. Nein, so meinte ich das nicht. Es ist zwar schade, dass sie hier draußen so rar sind, aber die Qualität ist einzigartig. Es tut mir leid, dass ich euch schon wieder Arbeit aufhalse, doch ihr müsst diese Scheinwerfer unbedingt für den Regalier haben. Der Regalier beschützt euch schließlich. Ihr dürft mir die bitte einfach nicht abschlafen, okay? Verstanden. Überraschung! Wir haben neue Teile reinbekommen. Was darf's sein? Welche Teile wollt ihr denn verbessern? Bist du dir sicher? Dann mach ich mich mal ans Werk. Diesmal hab ich mich selbst übertroffen. Diese Scheinwerfer werden... Der Umbau wird etwas dauern. Also dann, gute Reise! Ich bin ganz faszinier. Lasst nichts liegen. Okay. Wenn Sidney über Autos spricht, leuchten ihre Augen immer so. Ja, ziemlich niedlich. Was? Gladio, lass das. Was denn? Sag mal, haben sie euch irgendwie bedrückt vor? Wer? Na, Sidney. Ja, fand ich auch. Also doch. Diesmal schien es ihr irgendwie viel wichtiger als sonst. Dass wir bei der Suche erfolgreich sind. Wie gesagt. Suche Detroit hago. Wie gesagt. Wie gesagt. Wie gesagt. Wie gesagt. Wie gesagt. Also doch nicht. Das letzte Mal. Ist das. Wie gesagt. Lassen wir das Auto hier stehen. Die Sonne geht unter. Stimmt, ziemlich dü... Mach hier ein Foto. Nie hat man seine Ruhe. Wie oft denn noch? Lassen wir die Auto. Lassen wir das Auto. Lassen wir das Auto. Lassen wir das Auto. Lassen wir das Auto. Achtung! Aufnahme! Los! Das nächste Foto wartet schon. Los! Das nächste Foto wartet schon. 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 Click good. Das nächste Foto wartet schon. Oh, das Foto ist gut. Nicht wahr? Finde ich auch. Gutes Timing, Prompto. Das nächste Foto wartet schon. Los, das nächste Foto wartet schon. Diese spüle Luft. Diese spüle Luft. Das nächste Foto wartet schon. Das nächste Foto wartet schon. Diese Aranea Ist wirklich beeindruckend Wer hätte gedacht, dass sie uns mal helfen würde Hauptsache sie bleibt auch auf unserer Seite Auf jeden Fall Sie hat ein gutes Herz Machen wir hier eins Vielen Dank Mein kleiner Chocobo Mit diesen Nervensägen hier wird das nichts Diesmal geht nicht, liebe Theater Aber noch kurz Und auch für mich verschrecklich Scheiße Und auch für mich Na, wo hast du das denn gelernt? Keiner verletzt, wie es scheint Dann wollen wir mal weiter Fotozeit Okay, weiter geht's 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 Vielen Dank. Also los, Bewegung. Also dann. Hey Noct, über dir! Hey Noct, über dir! Bis dann! Hier wär' nicht schlecht. Vielen Dank, oh, mein kleiner Chocobo! Hier räum' ich auf! Hier räum' ich auf! Hier räum' ich auf! Noct! 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 Das war einfach perfekt! Kann... Achtung! Aufnahme! Gut, berichten wir von unserem Erfolg! Guck! 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Weil du so ein Hänfling bist. Quatsch. Ich will nur nicht mit meinen Muskeln angeben. Ah ja. Da seid ihr ja. Ein Glück ist euch nichts passiert. Ja, das Foto haben wir auch. Wurdet ihr etwa angegriffen? Sie hatten keine Chance. Wie vier Muskeltiere, was? Ich bin mittlerweile ein großer Fan von euch geworden. Mein Konzern kämpft jetzt auch gegen das Imperium. Wir Könige holen uns Lucis zurück von ihnen, nicht wahr? Ja. Danke. Hier. Das ist meine letzte Spende für euren Feldzug. Ich hoffe inständig, dass ihr weit damit kommt. Gebt nicht auf. Ach, Prinz Noctis. Ich spare mir einfach mal die langen Vorreden und komme gleich zum Punkt. Schon mal was von Geisterfotos gehört. Schreibst du jetzt schon Esoterisches? Nein, nein, so war es doch nicht. Es ist was ganz Seriöses. Das berühmte Gemälde Lakshmi, der akkordische Nationalschatz, soll von einem Geist? Unglaublich, nicht wahr? Aber ich wittere eine brandheiße Sensation hinter diesem Gerücht. Sollten du und deine Freunde nach Altissia gehen, dann versuch doch bitte ein Foto vom Geist für mich zu machen, ja? Und dann versuch doch bitte ein Foto vom Geist. Bis zum nächsten Mal. 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 Gutes Foto. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018